Ich will dir den Rest meines Lebens hier verbringen. Jack! Jack! Ein Objekt ist in 1.7 abgestürzt. Verstanden. Bin unterwegs. Vor 60 Jahren wurde die Erde angegrafen. Sie haben den Krieg gewonnen. Sie haben den halben Planeten verwüstet. Alle wurden evakuiert. Menschen gibt es hier nicht mehr. Wir kümmern uns um Sicherheit und Wartung der Drohnen. Wir räumen den Mist weg. Nach zwei Wochen, Jack, können wir hier wegzueinander. Irgendwie ist das falsch. Wir haben den Krieg gewonnen. Aber wo müssen wir gehen? Hier ist es kurz hoch. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Geh kein Risiko ein. Es ist gefährlich da unten. Ich habe Sie beobachtet, Jack. Wer sind Sie? Die Leute, für die Sie arbeiten, haben Sie gelogen. Sie sollen Gefehle befolgen. Und bald würden Sie zu den anderen stoßen. Sie müssen die Wahrheit erfahren. Wie steht noch immerhin? Zurück! Das ist wunderbar, damit wir weg sind. Sei nach Hause zu kommen. Das will ich nicht. Die Ehre ist mein Zuhause. Die Ehre ist mein Zuhause.